Grüezi miteinander. Damit schönes Haar schön bleibt, muss man es auch richtig pflegen. Und das ist jetzt wirklich kein Problem mehr mit dem neuen Mild-Shampoo von Beldam. Die drei neuen Beldam-Shampoo sind nach der neuesten Erkenntnis entwickelt worden. Für jeden Haartyp gibt es ein entsprechendes Shampoo, in der Wirkung unterstützt durch natürliche Kräuterextrakte. Schachtelhalm ist gut für jedes Haar. Taubnessel hilft bei fettigem Haar und Klettenwurzeln nützt bei Schuppen. Das Shampoo für jedes Haar enthalten zudem kationische Polymeren, also pflegende Zusätze, die das Haar weich und leicht kembar machen. Es kommt Volumen über und natürlicher Glanz. Und dass die neuen Beldam-Shampoo einen hautfreundlichen pH-Wert haben, ist für Gobe selbstverständlich. Sie können also Ihres Haar bedenkenlos so viel waschen, wie Sie wollen, ohne dass es ausgelauget wird. Gobe gibt Ihnen auch immer wieder Gelegenheit, bekannte Markenartikel-Neuheiten auszuprobieren. Eine dieser Neuheiten ist zum Beispiel das besonders milde Nivea-Pflegeschampoo. Es gibt dem Haar jeden Tag Glanz und Fülle und schont Kopfhaut. Weil es reich an Pflegestoff wie Protein ist und das Haut- und hohrfreundliche Euzerid enthalten, kann man das Haar so oft waschen, wie man will. Nach so viel Schönheitspläge jetzt noch ein Hinweis auf ein aktuelles Textilangebot. Diese farbefrohe Tagwäsche für die ganze Familie bekommen Sie jetzt bei Gobe zu besonders vorteilhaften Preisen. So, und jetzt glaube ich, darf man ruhig ans Essen denken. Wir schalten darum um in die Studioküche zum Gobe-Rezept dieser Woche. Unser heutiger Vorschlag ist einfach und rassig. Er heisst darum Nudeli à la Diable. Nudeli in viel Salzwasser al dente kochen. In streiflich geschnittene Specktranschen mit Salbeiblättchen und Rosmarinzwieg im Öl anbröteln. Mit Rotwein ablöschen, ein bisschen würzen und dann noch 5 Minuten kochen lassen. In einer Schüssel Eier verschlägen, Reibkäse dazu, mit viel Cayenne und Paprika. Umrühren und dann an die Wärme stellen. In dieser Masse rühren wir den Brötel den Speck ein. Und am Schluss wird alles zusammen mit den Nudeli vermischt. Die Nudeli à la Diable servieren Sie z.B. mit einem Tomatensalat. Das Rezept steht in der Koop-Zeitung dieser Woche. Und vergessen Sie nicht, morgen per ganzen Tag im Teletextseite 270. Einen guten. Das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop. Kuchenteig 250 g statt 1 Franken nur 80 g. Und 500 g statt 1,90 g nur 1,50 g. Blätterteig 250 g statt 1,10 g nur 1,70 g. Und noch morgen übermorgen und am Samstag. Torina-Sohnenblumenöl statt 6,40 g nur 5,50 g. Apfel Golden Delicious Class 1, eine Tragtasche an 2,50 kg nur 5,50 g. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.